Hören Sie mich? Hallo? Wer ist am Apparat bitte? Nils Jansen. Ich höre Sie schlecht. Und jetzt? Hören Sie mich besser? Ja, es geht. Könnten Sie bitte Ihren Namen wiederholen? Nils Jansen. Könnte ich bitte mit Frau Benz sprechen? Sie ist nicht da, aber Sie können sie auf Ihrem Handy anrufen. Wie ist Ihre Handynummer? Null, eins, fünf, sieben, vier, drei, sieben, zwei, neun, vier, null, drei. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Benz? Guten Tag. Mein Name ist... Hallo? Ich höre Sie schlecht. Ich rufe Sie zurück. Und jetzt? Hören Sie mich besser? Ja, es geht. Ich heiße Nils Jansen. Ich rufe Sie an, weil... Das ist sehr interessant. Am besten machen wir sofort einen Termin. Können Sie am Montag kommen? Am Montag kann ich nicht. Ich habe aber am Mittwoch oder am Donnerstag Zeit. Oder ist es für Sie... Hallo? 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 Hören Sie mich? Hallo? Wer ist am Apparat bitte? Herr Jansen, könnte ich bitte mit Frau Benz sprechen? Ich höre Sie schlecht. Könnten Sie bitte den Namen wiederholen? Frau Benz? Kann ich Sie auf dem Handy anrufen? Ja, kein Problem. Und wie ist Ihre Handynummer? 0 1 8 7 6 3 3 7 0 1 6 3 Danke. Auf Wiederhören!